Majestätisch wie ein Schwan über den Seegleiten, das ist gerade im Winter ein besonderes Erlebnis. Die Quinten am Wallersee, bekannt für mediterranes Klima, ist auch im winterlichen Kleid ein Besuch wert. Wallerse Schifffahrt macht es möglich, mit einem recht komfortablen Fahrplan. Und eben bei winterlichen Verhältnissen auch eine ganz besondere Erfahrung, wenn einem die Wind durch den Tor streift. Ich habe die Schifflände angesteuert. Die hat nämlich auch im Winter, am Wochenende, vom Freitag bis zum Sonntag offen. Das Ambiente ist gerade auch im Winter ganz speziell. Ich habe das winterliche Ambiente genossen und von draussen eingeschaut, wie Elvis Montanile, den Geschäftsführer, bedient hat. Er hatte alle Hände voll zu tun. Und trotzdem war es persönlich, was Elvis den Gästen hier angehend konnte. Ich muss ja selber herkommen. Das ist durch das schöne Ambiente, wo man da hinten ist. Am Abend ist es ein bisschen abgedunkelt. Es ist stimmt, es sind Kerzen, die da überall hängen, man hat draussen eine schöne Feuerschalle. Also wenn man wirklich schon hier läuft, sieht es wunderschön aus. Man fühlt sich wohl. Im Sommer sowieso, das ist klar. Wenn es schön ist, ist es ganz klar mit einer wunderschönen Platane, die ganz gedeckt ist darunter. Und eben das Ambiente selber ist wunderschön. Man hat den Seger hier, man hat die Rebe hier, man hat die Berge hier, man hat die Feigenbäume hier, man hat die Palme hier, man hat die Quitte hier, man hat die Kiwi. Also wirklich südländisch. Und es ist halt im Winter nicht viel anders. Es ist genau so schön. Und ich sage mir jedes Mal, auch wenn es regnet oder so, ist es immer noch schöner da hinten, wenn es regnet, als wenn man irgendwo in einer Stadt sitzt und es regnet. Bei diesem Ambiente auf den Seerausschauen ist sicher auch bei jeder Wetterlage etwas ganz Spezielles. Die Schifflände bieten immer etwas Spezielles. Speziell natürlich sind auch die verschiedenen Events. Zum Beispiel am 24. Februar, das Krimi-Dinner. In gepflegter Atmosphäre einen kulinarischen Höhepunkt erleben können und dann auch helfen können, einen Krimi aufzuklären. Wirklich super etwas ganz Spezielles. Eine Spezialität ist auch immer wieder die Anreise auf die Quinte. Die ist bei jeder Jahres und letzter Zeit wieder etwas anders. Die Quinte bietet aber auch sonst viele Attraktionen. Geht einfach selber nachher. Das ist auch bei jeder Jahreszeit wieder etwas anderes. Vielfältige Wanderungen entlang des Sees oder wenn man will auch ein bisschen Abseits des Sees sind wirklich sehr, sehr interessant. Und dann etwas Verweilen. Man ist dann an das Schiffsland. Die Seele so richtig baumeln lassen, sich verwöhnen lassen, mit Freunden reden oder auch allein das einfach geniessen. Am Alltag ein Stück weit entflühen, den Alltag ein bisschen vergessen. Der Ilvis selber ist ein richtiger Queen-Fan geworden. Ja, da bin ich ja. Ich bin jetzt seit sieben Jahren da und ich wäre nicht so lange da, wenn es mir nicht mehr gefallen würde.